Hallo zusammen, heute soll es um das Kubei KU901C gehen, was mir freundlicherweise von Kubei für ein Video zur Verfügung gestellt wurde. Das scheint es gerade leider nicht in Deutschland zu geben, also meines wurde mir zumindest aus China zugeschickt und da kostet es aktuell 50 Dollar. Die Bezugsquelle werde ich euch in der Infobox verlinken und gerade hatte ich auch ein Video gemacht zu dem KU321B. Das hat mich positiv überrascht, finde ich relativ cool vom Design her, von der Verarbeitungsqualität. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann werde ich euch das Video dazu mal einblenden. Hier soll es ja eigentlich um das KU901C gehen und ausgesucht habe ich mir dieses Modell hier, weil mich die grünen Mikata-Griffe so angesprochen haben. Den schwarzen Einheitsbrei kann ich langsam einfach nicht mehr sehen, also schwarze Klinge, schwarzes G10 und hier kriegt man ein bisschen was Ungewöhnlicheres. Grünes Mikata an sich ist ja nicht wirklich was Besonderes, aber bei den meisten Messern hat man ja eher OD-Green. Mal zum Vergleich hier das Beagle und das Luna und ich denke im direkten Vergleich sieht man, dass die Farbe doch ein Stückchen abweicht. Versteht mich nicht falsch, also ich bin ein riesen Fan von so OD-Greenem Mikata, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber irgendwie hat es mir dieser Grünton hier nochmal ein bisschen mehr angetan. Geht vielleicht eher so in die Richtung Tannengrün oder so. Hatte ich auch noch nicht und ja, insgesamt mag ich einfach die Sachen, die ich noch nicht hatte, die was Neues sind. Das war auch der Grund, warum ich mich hier für dieses Jahr der grüne G10 entschieden hatte, einfach weil das was Neues ist. Und hier dieser Tannengrünton, der hat mir einfach sehr gut gefallen. Dazu noch diese hellen Stellen hier. Und das erinnert mich so ein bisschen an Jeans Mikata. Da vielleicht mal zum Vergleich das Bugout. Da hat man auch diese hellen Stellen drin bei diesem Jeans Mikata, bei dem blauen. Und das könnte man vielleicht so ein bisschen als grünes Jeans Mikata bezeichnen. Wenn ich die schon beide gerade hier habe, vielleicht noch einen Größenvergleich. Also das Bugout ist ein bisschen kleiner. Mal zum Vergleich hier die Farben. Also ich denke, das kann man wirklich am besten als grünes Jeans Mikata bezeichnen. Also dieser Farbton, der hat es mir halt echt angetan. Das gibt es übrigens auch noch in anderen Farben. Allerdings dann in G10. Da hat man dann die Wahl zwischen Schwarz, Blau, Grün, Rot und Sandfarben. Und es gibt auch noch zwei verschiedene Klingenformen. Da schaut ihr am besten mal auf der Webseite vorbei. Dann komme ich mal zu dem Messer hier und fange mal direkt mit dem Lieferumfang an. Das wird in dieser Kube-typischen kleinen schwarzen Pappbox geliefert. Das ist eine kompakte Box. Das gefällt mir relativ gut. Ich hebe die immer auf und dann nimmt es relativ wenig Platz weg. Also ich mag das nicht, wenn ein Messer in so einer großen Kartonverpackung oder was auch immer kommt. Und es dann viel Platz weg nimmt. Dann wird auch noch so ein kleines Silikontütchen hier mitgeliefert. Und so eine kleine Karte hier. Das war es dann auch schon. Mehr muss allerdings auch nicht sein. Und gerade bei dem Preis finde ich das völlig in Ordnung, wenn er auch nicht mehr mitgeliefert wird. Dann vielleicht mal zu den technischen Daten. Man hat hier eine Gesamtlänge von 19,9 cm. Eine Klingenlänge von 8,3 cm. Klingenstärke habe ich nachgemessen. Da komme ich auf 3,1 mm. Hinter der Schneidphase 0,5 mm. Das ist ein guter Wert, aber kein hervorragender Wert. Das Gewicht habe ich auch nachgemessen. Und da komme ich auf 110 Gramm. Die Griffe sind wie schon gesagt aus Mikata. Und gefallen mir halt insgesamt sehr, sehr gut, weil die sehr angenehm in der Hand liegen. Sehr weich, sehr natürlich. Also ein sehr tolles Griffmaterial. Die Stahlliner sind skelettiert. Mal gucken, ob ich das eingefangen bekomme. Ich denke, da kann man das erahnen. Man hat hier eine Aussparung und hier eine Aussparung. Und das soll halt ein bisschen Gewicht sparen. Auch eine schöne Sache. Die Klinge ist aus dem D2-Stahl. Der hat viele Fans. Einfach, weil er sehr lange scharf bleibt. Meine erste Wahl wäre es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte zum Beispiel den N690 bevorzugt. Oder den 14C28. Hat halt alle seine Vor- und Nachteile. Und dann hat man hier eine Schleifkerbe, die den Namen auch wirklich verdient hat. Also die ist nicht unnötig groß. Oft ist es ja so, dass man eine Schleifkerbe hat. Die irgendwie so halb als Fingermulde gedacht ist, aber dafür noch zu klein ist. Also die man dann irgendwie für nichts verwenden kann. Und hier, die hat eine stimmige Größe. Also da haben sie mal mitgedacht. Finde ich gut. Dann hat man hier Kugellager. Und damit geht die Klinge halt wirklich sehr angenehm zu. Also durch das eigene Gewicht fällt die fast komplett zu. Sehr weicher, sehr angenehmer Klingengang. Man kann die Klinge öffnen. Entweder über den Daumenpin oder über einen Flipper. Der auch sehr gut funktioniert. Also ich habe nicht einmal den Fall gehabt, dass die Klinge nicht komplett aufgegangen ist. Der Detent hat einfach die perfekte Haltekraft, sodass der Flipper wirklich sehr gut funktioniert. Allerdings geht die Klinge auch nicht von selbst auf. Also der Detent hat wirklich die perfekte Spannung. Wenn ich ganz stark wackele, dann würde sie aufgehen. Kriege ich hier vor der Kamera allerdings nicht wirklich hin. Also kein Sicherheitsrisiko. Alle Kanten sind wirklich sauber gebrochen. Also ich habe hier auch innen die Kanten gebrochen. Keine einzige scharfe Kante. Die Klinge sitzt bombenfest. Hat in keine Richtung Spiel. Ist auch mittig zentriert. Und der Lock steht auch relativ früh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das überhaupt noch anspreche. Bei den Budget-Foldern aus China hatte ich in den letzten Jahren keine Probleme gehabt. Interessanterweise, wenn dann bei teureren Messern aus Amerika, also die chinesischen Messer, die Budget-Folder, die haben wirklich in der Regel eine sehr hohe Verarbeitungsqualität. Dann hat man hier einen Deep-Carry-Clip, der ja noch umgesetzt werden kann auf die andere Seite. Kriegt den angenehm in die Hosentasche rein. Kann über den Clip nichts Negatives sagen. Also alles in allem würde ich sagen, wirklich top verarbeitet. Da habe ich schon Messer für den zwei- bis dreifachen Preis gesehen, die schlechter verarbeitet waren. Ich hatte das jetzt mal mitgenommen in den Wald, als ich ein anderes Messer getestet habe und habe Trust for Fun damit auch mal ein bisschen betont. Zugegebenermaßen nur ein kleines Holzstück und auch ein bisschen geschnitzt. Ein paar Äpfel geschnitten, Gurken geschnitten und so weiter und so fort. Ein paar Kartons im Keller klein gemacht. Und der Kon ist wirklich überall überzeugen. Fürs Buschkraften oder längere Schnitz-Sessions würde ich zu einem anderen Messer greifen, keine Frage. Aber für so einen Camping-Familienausflug. Also wenn man da mal vielleicht ein paar Stöcke anschnitzen möchte für ein Stockbrot oder um ein Würstchen übers Feuer zu halten oder sowas. Oder vielleicht mal fünf Minuten irgendwie Trust for Fun schnitzen möchte. Das geht auf jeden Fall auch noch. Da kann man es dann auch noch verwenden. Grundsätzlich würde ich das eher als stimmiges EDC-Messer einordnen. Also irgendwie hat es mir das Modell angetan. Ich weiß auch nicht warum. Die Form spricht mich nicht komplett an. Aber irgendwie alles in allem. Ja, finde ich das irgendwie doch ganz cool. Dann komme ich mal zu den Pro-Punkten. Dann als erstes ganz klar die Mikata-Griffe. Die haben wirklich eine tolle Haptik. Fühlen sich sehr weich, sehr natürlich an. Sind trotzdem angenehm griffig. Auch alles sauber gebrochen. Auch hier drin die Kanten gebrochen. Also die gesamte Verarbeitungsqualität. Die hätte ich für den Preis ehrlich gesagt nicht erwartet. Preis-Leistungsverhältnis dementsprechend wirklich auch top. Und auch die Klingenstärke ist mit drei Millimetern nicht überdimensioniert. Manche Hersteller meinen ja irgendwie vier, fünf Millimeter starke Klingen verbauen zu müssen. Die dann nicht mehr wirklich gescheit schneiden. Was hier mit drei Millimetern ein sehr angenehmer Wert. Bei den Kritikpunkten fällt es mir wirklich schwer, was zu finden. Das Einzige, was war, dass ich nach einer Viertelstunde Schnitzen hier so eine unangenehme Stelle hatte. Also wenn ich das Messer so greife, dann nicht. Aber wenn ich das so halt im Hammergriff nehme, um wirklich Kraft ausüben zu können, dann war die Stelle hier nach einer Viertelstunde ein bisschen unangenehm. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das wird man im Alltag bei einem EDC-Messer nicht störend merken. Ansonsten fällt mir halt echt nichts Negatives auf. Ich bin richtig beeindruckt für den Preis, was man hier bekommt. Und diese Meccata-Griffe, die sind, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, einfach nur ein Traum. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.